Am meisten übersetzten Texte sind die Psalmen aus der Bibel, also nach der Bibel kommt schon Shakespeare, insofern sind wir da wirklich in einer guten Adresse. Die Bibel ist der Mask, red and white, but no such roses see I in her cheeks, and in some perfumes is there more light than in the breath that come, that from my mist is read. Wenn du das nicht kennst, dann wirst du es halt nicht sehen. Ist auch okay. Es gibt sozusagen verschiedene Arten zu lesen, Alter. Und das sind kreative Vorgehen. Und das ist ein bisschen die Idee.